Wir brauchen eine Minute und 23 Sekunden. Ich habe das selbst gestoppt mit dem Fahrrad und wie Sie sehen, ich bin ein bisschen korpulenter, bis sie im Grünland sind und in eine Schutzzone, wo Sie reine Natur haben. Sie brauchen eine Minute, zehn Sekunden, bis Sie beim Bahnhof sind, um weitere 15 Minuten später in der Wiener Innenstadt zu sein. Das sind schon Faktoren, die extrem hohe Lebensqualität bringen. Das heißt, ich lebe am Rande von Wien, lebe mitten in der Natur, ich komme nach Hause, kann Urlaub machen, kann aber gleichzeitig innerhalb von 15 Minuten entweder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Pkw in die Wiener Innenstadt, wo die wichtigen und tollen Arbeitsplätze zu Hause sind.